Nach der geradezu gesagten Milliarden-Winterhilfe könnte die Ukraine wohl auch schon bald die lange erhoffte bessere Flugabwehr bekommen. Die US-Regierung plant wohl die Lieferung von Patriot-Luftabwehrsystemen an Kiew, so ein CNN-Bericht. Die Pläne könnten schon diese Woche genehmigt werden. Wir werden uns das gesamte Spektrum der Sicherheitsunterstützung und der Verteidigungsfähigkeiten in unseren Beständen ansehen, wenn wir den Bedarf der Ukraine prüfen. Die Ukraine fordert immer wieder mehr militärische Unterstützung für den Kampf gegen Russland. Die Ukraine braucht immer noch mehr Waffen und Munition, denn der beste Weg, unsere Zivilisten vor dem russischen Terror zu schützen, ist es, Russland zu besiegen. Konkret brauchen wir mehr Luft- und Raketenabwehrsysteme, Munition und gepanzerte Fahrzeuge. Während eines russischen Luftangriffs auf Kiew suchen die Menschen in den U-Bahn-Stationen Schutz. Das Patriot-Luftabwehrsystem wäre hier sehr willkommen, in einer Zeit, in der es ständig Luftalarm in mehreren Regionen der Ukraine gibt.